China hat seinen Pandabären einiges zu verdanken. Als Leihgabe an Zoos anderer Länder sind sie eine diplomatische Geheimwaffe und daheim sind sie eine Touristenattraktion. Nun kommt eine Eigenschaft hinzu. Die vom Aussterben bedrohten Tiere haben scheinbar ein Antibiotikum im Blut und zwar ein recht kraftvolles. Diese Entdeckung machten Wissenschaftler des Life Sciences College der Landwirtschaftlichen Universitäten an Qing. Die Chemikalien im Pandablut zeigten sich in Tests als wirkungsvoll gegen ein breites Spektrum von Mikroorganismen, sogar gegen arzneimittelresistente Bakterien. Jetzt wird daran gearbeitet, aus dem Blutextrakt ein Medikament für den Menschen zu machen.